Was ist das Thema IT-Security? Die letzten Monate noch viel mehr. Wir haben uns heute dazu Daniel Persch eingeladen. Er ist Security-Architekt und Pentester bei der Q-Group. Guten Tag, Herr Persch. Wir möchten heute mal das ganze Thema Pentesting durchsprechen, was ein Pentester eigentlich macht. Und dann auch gleich beispielhaft anhand eines simulierten Angriffs natürlich, keine Sorge, zeigen, wie Angreifer typischerweise vorgehen und wie sich Unternehmen dagegen schützen kann. Vielleicht direkt zu Beginn für die Zuschauer, die sich da noch nicht so mit auskennen. Was genau versteht man unter Pentesting beziehungsweise Penetration-Testing? Grundsätzlich geht es beim Penetration-Testing darum, dass ich einen Angriff simuliere auf eine Firma oder auf ein bestimmtes System, auf eine Webseite. Das kann zum einen nur für eine bestimmte Applikation sein oder auch um ein ganzes Firmensegment abzusichern. Also da gibt es verschiedene Bereiche, die man adressieren kann mit so einem Penetration-Test. Und letztendlich geht es halt einfach darum, ist meine Konfiguration abgesichert gegen einen Angriff? Und dementsprechend kann ich unterschiedliche Arten von Penetration-Tests durchführen, um mich dagegen sozusagen abzusichern, dass ich weiß, okay, ich habe die notwendigen Schritte unternommen als Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen kann Sie oder auch Kollegen von Ihnen beauftragen, praktisch einen Angriff auf Ihr Netzwerk, auf einen Server vorzunehmen. Natürlich, dann ist das abgesichert. Es wissen sicherlich nicht alle im Unternehmen, dass gerade ein Angriff stattfindet, aber man kann sie praktisch buchen in der Form sozusagen. Genau, das ist völlig richtig. Es ist natürlich immer eine Frage von dem Aufwand, den man reinsteckt. Sie haben angesprochen, es gibt Leute, die nicht alle wissen was davon. Natürlich gibt es unterschiedliche Intentionen, entweder von der Geschäftsleitung, die die IT überprüfen will, aber auch sehr, sehr viel von der IT intern, die halt einfach nur sicherstellen möchte, ist das, was ich getan habe, denn richtig? Und dementsprechend wird das dann durchgeführt. Gibt es denn bestimmte Branchen, die in erster Linie auf Sie zukommen, zum Beispiel der ganze E-Commerce, Retail-Bereich, um Online-Shops zu testen oder Telekommunikationsdienstleister, die einfach vor, was weiß ich, DDoS-Attacken gefeilt sein wollen und wissen, dass ihre Server stabil laufen, dass wirklich überhaupt keine Hintertüren möglich sind oder geht das quer durch alle Branchen? Also in der Vergangenheit war es deutlich stärker durch die Payment-Card-Industrie getrieben. Die hat auch gewisse Vorgaben jetzt auch schon vor einiger Zeit rausgebracht, um gewisse Compliance-Richtlinien zu erfüllen, wenn mit Kreditkartendaten gehandelt werden soll. Aber das hat sich tatsächlich stark auch verändert. Also es gibt immer mehr natürlich auch Subunternehmen, die bestimmte Applikationen in anderen Unternehmen bereitstellen und die sich natürlich auch absichern wollen, dass sie nicht als fahrlässiges Einfallstor für den Hauptkonzern letztendlich in den Medien erscheinen. Und daher hat sich das stark verändert und ist branchenübergreifend. Sehen Sie sich selber denn als Pentester so gewissermaßen als Whitehead, also als guter Hacker? Oder können Sie sich nicht so damit identifizieren, weil das Wort Hacker an sich ja sehr negativ besetzt ist, aber die Hacker selber sagen, es gibt Blackheads und Whiteheads, also schlechte und gute Hacker? Ja, und Pentester machen ja eigentlich de facto auch nichts anderes, als sich in Systeme reinzuhacken. Ist an und für sich richtig. Ich glaube, ein Pentester an sich geht halt systematischer vor. Er macht halt, sag ich mal, mehrere Aufträge. Er macht das ja auch, um sein täglich Brot zu verdienen letztendlich. Bei einem Hacker ist es oftmals, also zumindest der Begriff, wie man ihn so präsent hat in den Medien, so der Spieltrieb. Man macht das halt irgendwie zu Hause. Das ist so das klassische Bild, was man ja in Form eines Hackers vor sich hat. Eigentlich an sich, von dem, was sie tun, unterscheiden sie sich nicht. Es ist nur die Frage, wo das Geld letztendlich herkommt und wie man damit sich ernährt. Und welche Charaktereigenschaften braucht jetzt ein Pentester wie Sie? Ist das nur die Neugier, was auszutesten, Hartnäckigkeit? Man möchte jetzt wirklich dem Unternehmen zeigen, da gibt es Schwachstellen. Und da, dass man auch irgendwie dann Herausforderungen annehmen will und entwickeln will, in Netze und Server einzudringen? Oder gibt es noch andere Eigenschaften, die ein Pentester typischerweise mitbringen muss? Also letztendlich ist es ein großes Interesse überhaupt an dem Aufbau von IT-Systemen. Es gibt auf der einen Seite viele Studiengänge, die mittlerweile auch dieses Penetration-Testing immer mal mit als Vorlesungsfach sehen, die so diese ganz theoretische, abstrakte Schiene bietet, um so eine Idee vonzukriegen. Aber nur weil man das besucht hat oder studiert hat, ist man auch lange nicht in der Lage, das wirklich auszuführen. Also da gehört eine Neugier dazu. Die Gefahr ist tatsächlich, wenn man das kommerziell durchführt, dass man zu viel Zeit mitverbringt, weil man unbedingt rein will. Und dann sagt dann irgendwann der Chef, wir haben aber nur ein Budget von X, um jetzt für diesen Kunden irgendwie ein Report zu machen, ob er eben die Compliance erfüllt hat oder nicht. Und wenn man da halt zu viel Zeit verbringt, ist irgendwann natürlich auch ein Unverhältnis wieder da. Also von daher wird man immer so in der Waage oder in der Balance gehalten, wenn man das natürlich als Beruf durchführt. Sie sprachen gerade von der Ausbildung. Sie sind als beruflich ausgebildeter Diplom Wirtschaftsinformatiker. Richtig. Okay, aber das ist jetzt nicht so der übliche Studienweg. Wahrscheinlich kommen auch Ihre Pentester-Kollegen, sage ich jetzt mal, aus komplett anderen Studienfächern. Genau. Unterschiedliche Hintergründe. Richtig. Es gibt ganz unterschiedliche Studienfächer. Ich habe das jetzt auch tatsächlich an der Uni, bei mir gab es das noch nicht, als ich studiert habe. Es gab viel im Bereich IT-Sicherheit und was es da für Aspekte gibt. Aber in der richtigen, ja, in der Form Pentesting-Vorlesung oder so, das gab es damals gar nicht. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Und die Kollegen sind teilweise auch Quereinsteiger. Das sind halt Leute, die sich in der Freizeit sehr, sehr viel mit bestimmten Themen beschäftigt haben und dadurch halt ein gewisses Basiswissen einfach kennen. Bevor wir jetzt in die ganz praktische Angriffssimulation einsteigen, können Sie vielleicht mal ganz kurz nochmal darstellen und auch zeigen, wie so ein Angriff auf ein System und Server üblicherweise abläuft. Weil auch die Angriffsmethoden ändern sich ja mittlerweile fast stündlich oder täglich. Das heißt, was vor ein, zwei Jahren so der übliche Weg war, der beliebte Weg, sage ich jetzt mal, Systeme anzugreifen, muss nicht unbedingt der noch sein, der heute noch aktuell ist. Okay, ja, das ist tatsächlich richtig. Ich habe ja auch eine kleine Präsentation vorbereitet, wie so ein Angriff auf ein System durchführt, was ein Trend heutzutage ist, sehr, sehr viel mehr über das Phishing und Social Engineering zu gehen. Das ist halt immer schwer zu simulieren oder darzustellen oder zu zeigen, weil ich natürlich Ihnen eine gefakte E-Mail in einem Live-Demonstration zu schicken, ist reichlich witzlos, ob Sie da draufklicken oder nicht. Aber das ist ein sehr, sehr viel stärker ausgeprägter Weg heutzutage. Also man macht sich gar nicht mehr so groß die Mühe wirklich, wenn man aktiv von einem Unternehmen irgendwas abgreifen möchte, sich durch die einzelnen Sicherheitsmechanismen unbedingt durchzuhängen. Wenn man versucht, über gezielte E-Mails, die bestimmte Leute adressieren, Malware direkt ins Netzwerk einzuschleusen, um dann, und dann sind wir wieder ähnlich wie früher, über so einen Command- und Control-Server, heißt das halt, permanenten Zugriff und Steuerung innerhalb des Netzwerks zu haben und sich möglicherweise dann weiter vorzuarbeiten. Also sozusagen, es hat sich ein bisschen geändert von diesem klassischen, okay, da ist irgendwo da draußen eine Serverlandschaft, die möchte ich angreifen, hin zu, ich gehe über Mitarbeiterkonten und versuche eben darüber aus einem weiter innereren Bereich zuzugreifen. Oder Mobilgeräte ist jetzt auch ganz, ganz aktuell, dass man halt eigentlich sagt, okay, die Mitarbeiter haben ihre Mobilgeräte möglicherweise im Firmennetzwerk eingebucht. Wenn ich es jetzt schaffe, dass ich Software, die ich steuern kann, auf diesem Mobilgerät installiert habe, dann gehen die mit diesem Mobilgerät in die Firma und man ist direkt schon möglicherweise im Firmennetzwerk drin. Okay. Dann lassen Sie uns jetzt mal in die Medias Res reingehen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wenn ich einen Angriff starten möchte, auf einen Mail-Server beispielsweise, wie gehe ich da vor als Angreifer? Also zunächst einmal muss ich herausfinden, wie diese E-Mails überhaupt bei dem Unternehmen abgelegt werden, also wie die Kommunikation da stattfindet. In dem Beispiel, was ich vorbereitet habe, nehmen wir einen Webmailer uns vor. Was interessant über Webmailer sind, in den 2000er Jahren waren die sehr, sehr beliebt, weil die Mitarbeiter von unterwegs ihre E-Mails abrufen und bearbeiten sollten. Und da hatte noch nicht jeder ein Smartphone, wo alle E-Mails permanent eingegangen sind. Das heißt, heutzutage sind die Webmailer gar nicht mehr so wichtig und oftmals in Vergessenheit geraten, sind aber in vielen Unternehmen noch aktiv. Und das macht halt so einen Angriff hier tatsächlich auch interessant. Und wenn ich dann halt herausgefunden habe, da ist noch so ein alter Webmailer aktiv, dann schaue ich mal, ob der bestimmte Schwachstellen einfach bereitet, ob bestimmte Seiten dort enthalten sind, die ich ausnutzen kann, um dort Schadcode irgendwie zu installieren. Also klassischerweise sehen wir auch hier bei dem Beispiel, ist es ja auch ganz häufig so gewesen, dass ein Unternehmen eine Domain hatte und einfach dann Webmailpunkt und dann die Domain des Unternehmens folgte. Also häufig erreiche ich solche Eingabemasken auch einfach durch Austesten oder ich habe irgendwas Leuten gehört, ich habe Kontakte vielleicht oder ich habe da selber mal vor Jahren gearbeitet und denke, ich teste es einfach mal aus. Oder gibt es auch irgendwie spezielle Suchmaschinen? Also definitiv, es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie das mit bestimmten Namen, die man dann hier vielleicht nennen soll oder nicht nennen soll. Also es gibt Suchmaschinen, die haben sich darauf spezialisiert, bestimmte, also Systeme zu indizieren aufgrund von Namen und auch aufgrund von Herstellerbezeichnungen, die hinten dran sind oder die dort antworten. Zuletzt in den Medien war auch eine Suchmaschine, die sehr, sehr viele Live-Webcams, die sich ins Internet veröffentlicht haben, gefunden hat und die halt sozusagen auch klassifiziert hat nach Geolokation, dass man wirklich sich über eine Suchmaske zu Recht klicken konnte, okay, ich möchte im Raum Frankfurt alle Webcams eines bestimmten Herstellertyps mir anzeigen lassen. Also so Suchmaschinen gibt es natürlich, um zu helfen. Und wenn man tatsächlich eine neue Schwachstelle gefunden hat oder etwas, was möglicherweise noch gar nicht so verbreitet ist, was jetzt bei einem Unternehmen funktioniert hat, kommt man über so Suchmaschinen relativ einfach an die Information dran, wo vergleichbare Systeme arbeiten. Gut, wenn ich jetzt diese Eingabemaske habe, benutzerne Passwort ist der Klassiker. Das kann ich versuchen, über Admin, Admin oder 12345, Passwort, das kennt man ja, reinzukommen. Das funktioniert sicherlich auch immer noch, aber sollte mittlerweile nicht mehr der Regelfall sein. Was tun Sie jetzt in so einem Fall? Also in diesem Fall schaue ich mir erst mal an, was ist denn da für eine Webseite, die mir überhaupt antwortet. Also wir sehen hier ein Roundcube Webmail. Das ist in der Open-Source-Welt ein sehr, sehr verbreiteter Webmailer, um halt Online-Mails abrufen zu können. Und dann schaue ich mir erst mal eigentlich in der Suchmaschine meiner Wahl an, gibt es denn für Roundcube sogenannte Exploits, also schon vorgefertigte Programme, die ich einfach ausführen kann, um eine Schwachstelle in diesem System auszuführen. Und damit habe ich schon mal eine Grundeinschätzung, okay, ist das eine Software, die schon immer mal wieder bestimmte Schwachstellen hatte? Ist die Wahrscheinlichkeit hoch? Und dann kann ich auch automatisierte Tools ablaufen lassen und sagen, okay, prüft mal bitte diesen ganzen Exploits, die es für in diesem Fall den Roundcube Webmailer gibt, ob die denn an diesem System greifen können. Okay, wenn Sie dann so einen Exploit gefunden haben, was passiert als nächstes? Dann verwende ich einfach diese Software, die führe ich aus, das habe ich hier auch entsprechend vorbereitet. Also ich habe hier dieses Exploit, um nichts genaueres zu sagen, hinterlegt. Und dann gebe ich an, auf was ich das ausführen will, in diesem Fall webmail.acme.com, also a company that manufactures everything, Sie kennen das bestimmt. Genau, die vorher ausgeführte Domain.acme kennt man ja spätestens seit den guten alten Zeiten, Roadrunner in Wiley Coyote, ja? Genau, der Ambus, der irgendwie auf einen drauf fällt, richtig. Und in dem Fall, das findet man auch über so Schwachstellenscanner möglicherweise auch raus oder halt über diese Hilfsmittel, um halt viele Exploits auszuprobieren, an welcher Stelle dieser Exploit greift. In diesem Fall ist das eine bestimmte Seite, an die ich das ausführen kann. Und man sieht hier schon, dieses Programm hat tatsächlich eine Versionsnummer. Er sagt, okay, auf was er greift. Er versucht, einen bestimmten Bug auszunutzen. Und wir sehen auch hier, er versucht, trying to exploit und gleich mit einem Succeed quittiert. Also da hat jemand wirklich ein Programm geschrieben, um genau diese Schwachstelle auszunutzen. Und da kann ich jetzt Befehle hinschicken, in Form von, in diesem Fall, PHP, und könnte mir zum Beispiel irgendwie das Hauptverzeichnis anzeigen lassen. Und wir sehen hier schon, okay, wir haben da tatsächlich Zugriff auf dieses System an der Stelle. Kurze Zwischenfrage, wie viele Programmiersprachen beherrschen Sie persönlich? Lesen kann ich die meisten. Schreiben ist dann immer ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wenn man eine Programmierlogik verstanden hat, dann kommt man mit sämtlichen Skriptsprachen, und das sind die, die halt vornehmlich hier notwendig sind, gut zurecht. Ja, also Shell, Perl, PHP, wie auch immer. Das ist natürlich von großem Vorteil, weil man viele Dinge automatisieren möchte und nicht beispielsweise Username, Passwort ausprobieren. Da tippt man nicht jedes Mal Username, Passwort ein, sondern das wird einmal losgeschickt, und dann kommt man eine Stunde später, und dann sind halt irgendwie die 10.000 Passwörter durch. Was wir jetzt im nächsten Schritt machen, das ist ja ganz nett, wenn man so eine Schwachstelle gefunden hat, aber die Administratoren sind ja auch aktiv. Also die wollen natürlich auch immer sicherstellen, dass sie auf dem letzten Stand sind. Und es kann natürlich sein, dass diese Schwachstelle, die ich heute habe, dass die in zwei, drei Tagen möglicherweise gefixt wurde. Das heißt, mein Ziel ist es eigentlich, die Kontrolle über das System zu kriegen und halt permanenten Zugriff auf diesem System zu halten. In der Regel läuft das über so einen Command & Control Server. Ich installiere ein kleines Programm, was sich dann sozusagen da anmeldet und ich permanente Fernsteuerung durchführen kann. Das Charmante an diesen Systemen, die sind von der Firewall, also wenn ich es einmal installiert habe, kaum zu erkennen. Also es ist sehr, sehr schwer, diese Trojaner, Backdoors, es gibt verschiedenste Bezeichnungen dafür, also die später nochmal zu finden, das ist immer wieder eine Herausforderung auch für uns. Also wenn wir irgendwie ein System mal analysieren wollen, das war korrumpiert, also da erstmal die Software zu finden, die tatsächlich da die Kommunikation aufrechterhalten wird, das ist nicht immer einfach. Und sowas habe ich hier auch vorbereitet. In diesem Fall starte ich hier einmal den Command & Control Server. Vector.pl, ja. Genau. Wir haben gesehen, das ist einmal ein Shell-Script, das ist ein Perl-Script. Das ist jetzt mein sogenannter Command & Control Server, also der wartet jetzt darauf, dass eine Verbindung eingeht. Was ich jetzt, ich habe jetzt ein paar Befehle mir schon mal kopiert und zum schnell einfügen, dass wir hier nicht ganz so viel tippen müssen. Das heißt, die arbeiten dann auch so mit Bausteinen? Ja, also definitiv. Also immer wieder das Gleiche durchzuführen, ist ja auch irgendwie langweilig. Also von daher, ich glaube, es gibt kaum faulere Wesen auf diesem Planeten als Leute, die sich einigermaßen mit IT und Scripting auseinandersetzen können. Also versucht man natürlich, den auch mal tatsächlich. Alles automatisieren, das ist ja ein großer Trend. Das ist richtig. Das kann man ja auch aus anderen Bereichen. Genau. Und was ich jetzt mache, ist auch im ersten Schritt hier meinen Backdoor von meinem Webspace runterzuladen. Also ich führe jetzt einen Befehl aus, der mir eine Datei aus dem Internet runterlädt von meinem Webspace und lege die jetzt hier in dem Fall in ein TEM-Verzeichnis ab. Und im nächsten Schritt führe ich dieses Backdoor an der Stelle auf dem System aus und warte sozusagen einfach auf meinem Command-and-Control-Server hier auf der rechten Seite, bis dort eine Verbindung eingeht. Und zack, da habe ich auch schon die Verbindung, die eingegangen ist. Ich habe jetzt hier, im Gegensatz zu vorher, war ich in einem PHP-Kontext. Hier habe ich jetzt eine komplette Standard-Shell auf einem Linux-System und kann mich dort jetzt frei bewegen. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel die User-Liste anschauen lassen. Und hier sieht man auch schon, er wartet immer wieder auf eine eingehende Verbindung. Das heißt, ich umgehe die Firewall. Ich komme nicht von außen rein, sondern ich warte immer, bis das System sich bei mir meldet. Das ist eine Zufallszahl, alle 10 Sekunden, alle 20. Und er schaut einfach, ist ein Befehl, den ich ausführen soll. Und diesen Befehl führt er dann an der Stelle aus. Also theoretisch gesehen könnte ich auch sagen, okay, fang jetzt an, Bitcoins zu berechnen und dann alle paar Tage hole ich mir die Ergebnisse ab. Also ich nutze dann fremde Rechenkapazitäten aus, um mir sozusagen mich selbst zu bereichern. Also das wäre auch so ein klassischer oder neumodischer Angriff, sage ich mal, der jetzt erst seit wenigen Jahren möglich ist. Und hier kann ich halt jetzt alles Mögliche machen auf dem System. Und selbst wenn jetzt das Backdoor gefixt wird, habe ich immer noch Zugriff über meinen Backdoor, Entschuldigung, Moment, die Schwachstelle in diesem Roundcube Webmailer, wenn die vom Administrator gefixt wird, habe ich immer noch Zugriff über dieses Backdoor und kann mich auf dem System bewegen. Meistens Kreditkartendaten vielleicht auch irgendwie zu sammeln, E-Mail-Adressen zu sammeln, um dann möglicherweise Phishing-Mails zu generieren. Alles, was dann durch so ein System durchgeht oder mich halt weiter vorzuarbeiten auf andere Systeme aus dem Kontext des Unternehmens raus. Und ja, was ich hier jetzt in dem Fall vorbereitet habe, ist was, was auch ein großer Elektronikkonzern, glaube ich, vor kurzem durchleben musste. Das ist ein Defacing der Webseite. Den Namen drücken wir da später unten ein. Okay. Und zwar vielleicht nicht ganz so schick, wie das in dem Fall war. Der Befehl wurde ausgeführt. Kann natürlich auch sowas dann bei dem Webmailer platzieren und die Seite erst mal. Gut, das heißt, dass jeder, der jetzt erst mal über webmailagme.com auf die Seite geht, bekommt dann erst mal den dezenten Hinweis. Genau. Das kennt man ja. Ich meine, das ist ja Realität, dass Websites, soweit sie gehackt werden, dann häufig, das habe ich auch schon häufig gesehen, auf größeren Websites, dass dann die Botschaften erschienen. Und dann dauerte das erst ein paar Stunden, manchmal sogar ein, zwei Tage, bis dann der Betreiber der Webseite das Problem entdeckte und wirklich was handeln konnte. Also es ist schon jetzt nicht so unrealistisch, dass da sowas auftaucht. Also achten Sie mal drauf, wenn Sie im Web unterwegs sind. Genau, ja, das ist richtig. Also die Sache, dass man es selbst nicht merkt, ist leider sehr, sehr häufig, weil wie oft geht man selbst auf die Webseite des eigenen Unternehmens, ja. Und das ist leider mitunter recht selten. Von daher gibt es auch Monitoring-Systeme, die zumindest mal diese Dinge auch überprüfen können oder halt sicherstellen können. Oder sicherstellen ist immer so ein schwieriges Wort, also die mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach Angriffe erkennen können, die halt passieren oder abnormales Verhalten erkennen können. Können Sie denn jetzt auch eine Nutzerliste mit einer Klarsicht auf die Passwörter der Nutzer an diesen Webmailer und jetzt ohne größere Umstände irgendwie anfordern oder auslesen von dem Server? Also in diesem Fall ist es leider nicht möglich, weil tatsächlich, da ich das System ja entsprechend auch konfiguriert habe, hier sind die Passwörter in einem Hash gespeichert. Das heißt, es werden Systempasswörter verwendet. Also wenn ich da mir die Shadow-Datei anschaue, da stehen da kryptische Zeichen. Also da ist kein direkter Zusammenhang zwischen dem Kennwort und dem abgespeicherten Schlüssel möglich. Aber es gibt leider viel zu oft immer noch da draußen natürlich Systeme, die halt Kennwörter in Klartext speichern und die eben auch möglicherweise gar nicht mehr vom Hersteller aktualisiert werden. Also das heißt, es wird niemals der Umsprung passieren, dass man die Passwörter nicht mehr im Klartext speichert. Von daher wünschenswert wäre, wenn man das zumindest weiß, dass man halt sagt, okay, da nehme ich andere Passwörter. Ich meine, ich glaube, wir Menschen haben mittlerweile so 30, 40 Passwörter, die wir uns alle merken müssen. Das ist schwierig, da immer ein anderes zu machen. Also das treibt unser Hirn, glaube ich, ziemlich an die Grenzen. Also jetzt in diesem speziellen Fall wäre es jetzt nicht möglich, die Passwörter abzugreifen. Aber wahrscheinlich E-Mail-Adressen könnte ich jetzt finden, weil ich ja in diesem Webmail-System drin bin. Ich muss einfach nur schauen, wenn die Leute auf diesem Webmailer sich bewegen. Und was ich machen kann, ich könnte natürlich die Eingaben, wenn sich jemand auf diesem Webmailer einloggt, die kann ich natürlich mir abgreifen. Also das heißt, der Nächste, der sich da einloggt, da kann ich das Passwort dann einfach mitschneiden. Das könnte ich mir rausfiltern, aber nur, wenn es jemand aktiv nutzt. Aber nicht, weil sie dort gespeichert sind. Wir hatten ja gerade schon über Branchen gesprochen. Es ist dann in Ihrer Erfahrung so, wenn es um die Absicherung von Webseiten, von Systemen geht, auf die ich von außen über das Internet drauf zugreifen kann, sodass sich zum Beispiel E-Commerce, also Online-Händler, mehr Security-Spezialisten auch leisten, die sich um die Sicherheit ihrer Shop-Systeme, ihrer Kundendaten machen, wo ja auch häufig Zahlungsinformationen, also sehr sensible Daten gespeichert sind, kümmern, als zum Beispiel jetzt nur ein Unternehmen, was jetzt nur eine Webseite als Präsenz nutzt, um die eigenen Dienstleistungen oder Produkte vorzustellen, wo vielleicht eine Adresse drinsteht, die aber auch für jeden, Stichwort Impressumspflicht, frei erkennbar ist, wobei jetzt nicht wirklich kritische Daten hinterliegen. Oder ist es auch bei Unternehmen, deren Geschäfts wirklich auf Web-Services basiert, nach wie vor der Fall, dass sie nicht wirklich sich um die Sicherheit kümmern, also nicht entsprechendes Personal beschäftigen oder entsprechend sichere Systeme nutzen? Es ist tatsächlich eine starke Mentalitätsfrage der Leute, die in diesen Unternehmen sitzen. Also im E-Commerce ist es halt so, natürlich, ich habe bestimmte Anforderungen, die ich möglicherweise erfüllen muss, wenn ich mit Kreditkarten direkt arbeite. Da gibt es dann wieder intermediäre Händler, die das dann halt für einen abwickeln, sodass ich das nicht mehr benötige. Und da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da deutlich mehr Geld da ist, weil es gibt auch sehr, sehr viele kleine Webshops, wo halt vielleicht jeden Monat irgendwie eine neue Strick-Lease verkauft wird und andere Webseiten, die halt von großen Versandhändlern, wo halt Milliarden umgesetzt werden. Und wenn man an die Kreditkarten, Betrugsaffären denkt, also man sagt ja, die dunklen Ziffer kennt keiner genau, umso mehr Geld ich einfach umsetze und dann ist manchmal, Hauptsache das System funktioniert und die Leute kaufen auch real ein und dass ich dann halt, mein Gott, was sind heutzutage 200 Millionen, überspitzt formuliert für manche Unternehmen, dann schlucke ich diese bittere Pille, der fast lieber, anstatt es dem Anwender zusätzlich zuzumuten, eine weitere Sicherheitshürde zu überspringen. Ist denn die Zahl Ihrer Aufträge spürbar gestiegen jetzt nur mit den letzten ein, zwei Jahren? Also das muss man wirklich sagen, also die Awareness verändert sich ein bisschen dahingehend, dass man sagt, okay, IT-Security ist ein Thema und es werden auch größere Unternehmen angegriffen oder auch natürlich auch durch die ganze Enthüllung, die durch Umsnoten passiert sind, ist ja auch sehr, sehr viel medial passiert. Also ich glaube, dass da wirklich ein Umdenken auch in den Unternehmen stattfindet und dass auf einmal einem klar wird, wie viel man an der IT hängt und wie gravierend ein Ausfall oder auch eine Manipulation der IT-Systeme einfach ist. Also da kann man tatsächlich sagen, da verändert sich gerade was. Ich würde nicht sagen, das ist abgeschlossen, das ist ein Prozess, der läuft, aber man merkt, da ist ein Umdenken bei den Unternehmen da. Ja, wir könnten sicherlich noch ganz viel weiter diskutieren, möchten aber Ihre Geduld auch nicht überstrapazieren. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das Thema Sicherheit geht natürlich auch jedem an. Gerade jetzt, Sie sprachen das Angezüge der Geheimdienstaffäre. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Herr Persch. Sehr gerne. Herr Persch war das von der Q-Group, Security Architect und Pentester. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie sicher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Vielen Dank.